Der Begriff Aliyah stammt aus der Bibel und bezeichnet im Judentum seit dem babylonischen Exil die Rückkehr von Juden als Einzelnen oder Gruppen in das gelobte Land. Teilnehmer einer Aliyah heißen Hebräisch-Holim. Seit der Entstehung des politischen Zionismus im 19. Jahrhundert bedeutet der Begriff allgemein jüdische Einwanderung nach Palästina bzw. seit 1948 nach Israel. Ursprung Das hebräische Wort Aliyah für Aufsteigen Hinaufziehen bezeichnete im antiken Judentum eine Wallfahrt gläubiger Juden zum Jerusalemer Tempel zu einem der dreijährlichen Wallfahrtsfeste. Pessach, Shavuot und Sukkot Das Aufsteigen bezog sich auf das hochgelegene Bergland Judäas und besonders auf den etwa 800 Meter hochgelegenen Tempelberg, den Zion. Nachdem die Babylonier den Tempel und die Stadt Jerusalem als kultisches Zentrum des damaligen Judentums 586 vor Christus zerstört und seine politischen und kultischen Eliten exiliert hatten, bezeichnete der Begriff auch das erhoffte künftige Hinaufziehen der exilierten Juden in ihr Heimatland Israel. Das Edikt des Persakönigs Kyros II von 539 vor Christus erlaubte ihnen diese Rückkehr nach biblischer Überlieferung mit den Worten. Damit löste Kyros eine frühe Rückwanderungswelle nach Israel aus, in deren Folge der Tempel und Jerusalem als Hauptstadt Israels wieder aufgebaut wurden, die frühen Alichot. Im späten 12. Jahrhundert trafen einige Juden aus Nordafrika aufgrund von Verfolgungen ein. Zwischen 1210 und 1211 wanderten 300 französische und englische Rabbiner ein. Nach der Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahr 1492 kamen einige Juden nach Palästina. Im 15. Jahrhundert traf eine Gruppe italienischer Juden ein, die einen großen Einfluss auf die örtliche jüdische Gemeinde ausübte. Nach der türkischen Eroberung im Jahr 1516 folgte eine Einwanderungswelle aus dem Orient, Sizilien, Italien, Frankreich, Deutschland und Nordafrika. Gemeinsam mit ihnen kamen auch weitere Flüchtlinge der Vertreibungen aus Spanien und Portugal. Einige ließen sich in Jerusalem nieder, die meisten jedoch siedelten in Seyft. Während des gesamten 16. Jahrhunderts zog die Hochblüte der Kabbala in Seyft viele Einwanderer aus Frankreich, Deutschland, Italien und anderen europäischen Ländern, aber auch aus Nordafrika und dem Orient an. Mitte des 17. Jahrhunderts gab es eine wichtige Aliyah türkischer Juden. Im Jahr 1700 ließ sich eine Gruppe von 1500 europäischen Juden unter der Führung von Rabbi Judah Chesed in Jerusalem nieder. Ende des 18. Jahrhunderts begann bis ins frühe 19. Jahrhundert die Einwanderung der Chesedim. Die erste organisierte chesedische Einwanderung fand 1764 statt und wurde von Schülern des Baalchem, Theow, des Begründers des Chesedismus. Angeführt, sie siedelten sich in Tiberias, Seyft, Hebron und Jerusalem an und begründeten die Tradition der vier heiligen Städte des Judentums. 1808 organisierten auch die Perus Chim, die Schüler des Gaon von Wilna, einem Gegner des Chesedismus. Eine Aliyah und begründeten eine Gemeinde in Jerusalem begann eine Einwanderungswelle aus Deutschland, den Niederlanden und Ungarn. Während des 19. Jahrhunderts fand die Einwanderung tausender Juden aus orientalischen Ländern wie der Türkei, Nordafrika, Irak, Persien, Bukhara, Kurdistan, Afghanistan, dem Kaukasus und dem Jemen statt, welche die Ankunft des Messias für das jüdische Jahr 5600 erwarteten. 1840 waren Juden die größte Bevölkerungsgruppe in Jerusalem. Die Eroberung von Syrien durch Mohammed Ali Pasha brachte für die jüdische Bevölkerung Erleichterungen, wie zum Beispiel die Erlaubnis, die bei einem Erdbeben 1837 zerstörten Gebäude in Seyft und Tiberias wieder aufzubauen. 1857 der in London lebende italienische Jude Sir Moses Montefiore ließ eine 18 Meter hohe Windmühle mit einer kleinen Siedlung aus 20 Häuser außerhalb der Stadt Mauer Jerusalems errichten und schuf damit eine wichtige Lebensgrundlage der jüdischen Bevölkerung. 1860 etwa 12.000 Juden leben in Palästina. Punkt. Die modernen Alichot. Die Alichot der Neuzeit werden in der Literatur unterschiedlich periodisiert. Sowohl hinsichtlich der Dauer als auch hinsichtlich der Einwanderungszahlen. Die erste Alia. Die erste Alia dauerte von 1882 bis 1903. Das Gebiet von Palästina gehörte damals zum Osmanischen Reich. Mit der erste Alia kamen 20.000 bis 30.000 Einwanderer aus Osteuropa, Russland, Rumänien und dem Jemen. Die Gründe für eine Einwanderung lassen sich auf drei Faktoren zurückführen. Die uralte Sehnsucht der Juden nach ihrem historischen Heimatland. Die andauernden Pogrome in Russland. Die Überzeugung, dass nur die Rückkehr in das historische Heimatland imstande sein würde, das jüdische Problem dauerhaft und grundlegend zu lösen. Punkt. Die erste Alia wurde vor allem von den Bewegungen Tibation und der Bilu beeinflusst. Bilu ist eine Abkürzung für Diese Bewegungen haben auch die ersten landwirtschaftlichen Siedlungen Moshewot gegründet, bis 1903 insgesamt 28, darunter in Judäa, Rishon, Letzion, Ekron, Gederer, Petachtigwa, Zikron, Jakov und in Obergaliläa, Rospina, Gisot, Hamaala. Biertuvia war die südlichste und Mithula die nördlichste Siedlung. Die erste Gruppe von 14 Personen ging am 6. Juli 1882 in Jaffa an Land, die zweite Gruppe mit 34 Personen kam zwei Jahre später. Zu dieser Gruppe gehörten auch vier Frauen. Gederer ist eine Bilu-Gründung. Am 27. Juni 1901 wurde die Vereinigung Kibbutz Achim gegründet, deren Ziel es war, die Ankömmlinge der ersten Alia bei der Suche nach Arbeit und Unterkunft zu unterstützen. Ebenfalls ab 1882 begann der in Frankreich lebende Baron Edmund Rothschild in 16 Musterdörfern 12.000 Juden anzusiedeln, die sich selbstständig ernähren konnten. Besonders bekannt wurden seine Weinfelder am Südwestabhang des Kamel, wozu er französische Rebsorten einführen ließ. Es gab zwei Haupteinwanderungswellen 1882 bis 1884 und 1890 bis 1891. Neben 28 neuen landwirtschaftlichen Siedlungen mit ca. 6.000 Personen wuchsen auch die städtischen Siedlungen an. So kamen je ca. 3.000 Neueinwanderer nach Haifa und Jaffa und etwa 1.000 Einwanderer nach Jerusalem. Das Hebräische wurde wieder zu einer im Alltag gesprochenen Sprache und die ersten hebräischen Grundschulen entstanden. Der Pioniergeist hatte sich jedoch erschöpft und war 1903 fast zum Erliegen gekommen. Insgesamt gelangten während der ersten Aliyah etwa 35.000 Juden nach Palästina. Doch fast die Hälfte unter ihnen verließ das Land wieder nach einigen Jahren ein bekannter Teilnehmer der 1. Aliyah war Elisabeth Jehuda. Die zweite Aliyah. Sie fand von 1904 bis 1914 statt und brachte 35.000 bis 40.000 Einwanderer, vor allem aus Russland und Polen, in das Land Palästina. Der erste Anstoß dazu waren die blutigen Ereignisse in Kishinyu 1903. Weitere Pogrome in Russland im Jahre 1904 und 1905 sowie der Tod Theodor Herzls am 3. Juli 1904 führten zu einem neuen Pioniergeist. Die Teilnehmer waren meist junge Männer und Frauen mit sozialistischen Ideen und dem Wunsch nach einer klassenlosen Gesellschaft und einer Religion. Der Arbeit. Sie ließen sich nicht nur von einer nationalen Ideologie leiten, sondern wünschten sich auch ein Gemeinwesen für Proletarie in Palästina. Sie hatten in der Regel bereits in ihren Heimatländern eine landwirtschaftliche Ausbildung erhalten. Von Einwanderern der zweiten Aliyah wurden die ersten Parteien der Arbeiterbewegung, die Polizion und die Hapol-Hesaya. Die Vorgängerorganisationen der Mepai aufgebaut, die Teilnehmer der zweiten Aliyah arbeiteten als Arbeiter in den Moshe-Wod oder in den Städten. Sie gründeten 1909 den ersten Kibbutz Degania. Die erste jüdische Stadt der Neuzeit Telefon Aviv und ebenfalls 1909 die militärische Organisation Haumea. Auch schufen sie die Basis für eine neue hebräische Presse und Literatur, was die Verbreitung der Sprache erheblich förderte. Und für die Gewerkschaft Histatrud bekannte Teilnehmer der zweiten Aliyah waren. David Ben-Gurin, Jitzhak Ben-Zwi, Berl Katznelson, Israel Shochet, Jitzhak Tamkin und Josef Trampeldor. Die zweite Aliyah wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges beendet. In der gleichen Zeit wanderten mehr als eine Million Juden aus Osteuropa in die USA aus. Die dritte Aliyah, die dritte Aliyah. 35.000 Einwanderer kamen vor allem aus Russland, aber auch aus Rumänien. Darunter die ersten Mitglieder von Ha-Shomer Ha-Zaya, der ältesten jüdischen Jugendbewegung, die sich selbst als Weltorganisation der zonistischen Jugend bezeichnet. Sie gründeten Kibbutzim in Palästina und riefen 1927 ihre Kibbutzbewegung ins Leben. Im Zweiten Weltkrieg operierten Mitglieder, darunter Morteša Janjelowicz, im von NS-Deutschland besetzten Europa, vor allem in Polen, und waren an Ghettoaufständen beteiligt. Nach dem Krieg nahmen sie an Brisha-Unternehmen teil. 1946 gründete die Bewegung eine politische Partei, die gemeinsam mit Adut Ha-Avorde 1948 die Arbeiterpartei Mappam bildete. Die vierte Aliyah. Die vierte Aliyah etwa 80.000 Einwanderer, vor allem aus Polen und der Sowjetunion. Der Völkerbund hatte 1923 die Teilung Palästinas beschlossen. Transjordanien wurde als eigenes Mandatsgebiet etabliert. Die Rückendeckung des Völkerbundes für den Zionismus begünstigte die vierte Einwanderungswelle von vor allem polnischen und russischen Juden. Die Einwanderung während der 20er Jahre wurde 1924 durch die Entscheidung der USA, ihre Grenzen für Masseneinwanderung zu schließen, verstärkt. Acht von zehn Einwanderern der dritten und vierten Aliyah ließen sich in den Städten nieder. Die fünfte Aliyah. Nach der Machtübernahme Hitlers etwa 200.000 Einwanderer, vor allem aus Deutschland, die Aliyabeth, die Aliyabeth. Einwanderung von Verfolgten aus Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus, trotz Hürden der britischen Regierung. Organisation 1939 als Teil der Haganer gegründet. In der Literatur finden sich auch Periodisierungsversuche, die eine sechste Aliyah benennen und auf 1936 bis 1940 datieren. Sie umfasste etwa 90.000 Einwanderer, hauptsächlich illegale Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus. Aliyah seit Israel-Staatsgründung 1948 bis 1951 etwa 690.000 Einwanderer aus Ägypten, Irak, Jemen, Polen und Rumänien. Punkt 1955 bis 1957 etwa 100.000 Einwanderer aus Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen mit dem Ende der französischen Kolonialherrschaft. Punkt 1969 bis 1975 etwa 100.000 Einwanderer aus der UdSSR. 1984 bis 1985 die Operation Moses bringt etwa 8.000 äthiopische Juden nach Israel. Punkt 1989 bis 1995 etwa 600.000 Einwanderer aus der Sowjetunion bzw. der GUS. 1991 die Operation Salomon bringt weitere 14.326 Juden aus Äthiopien. Punkt 2011 bis 2013 die nächste Einwanderungswelle von 7.846 äthiopischer Juden unter der Operation Taubenflügel. Jugend Aliyah Jugend Aliyah Abteilung der Jewish Agency, die Jugend Aliyah bzw. Kinder Aliyah wurde 1933 von Richo Freya aus Berlin gegründet, um jüdische Kinder und Jugendliche aus Nazi-Deutschland zu retten. In Palästina wurde die Organisation von Henrietta Solde und später von Hans Beid geleitet. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden ungefähr 5.000 Jugendliche ins Land gebracht und erzogen. Nach dem Krieg kamen noch 15.000 Holocaust-Überlebende dazu. In Deutschland, Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugend Aliyah gegründet Juli 1933 mit Sitz in Berlin Charlottenburg 2, Cannstrasse 158, umfasste die drei Berliner Vereine, Kinderheim Ahawa, Jüdische Waisen und Jugendhilfe. Einzelbelege Alex Bein Die Judenfrage BN2 DVA Stuttgart 1980 S354 ISBN 3-421-01963-0 Alex Bein Die Judenfrage BN2 Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1980 S272-354 ISBN 3-421-01963-0 The First Aliyah Tom Segef Es war einmal ein Palästiner, Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels. Vierte Auflage Siedler, München 2005 ISBN 3-88680-805-XS244-F